Sie kommen! Normalerweise lösen sie ihre Fälle Benni, Sie haben es rausgefunden! Stehen bleiben! Ist das eine Unterhose oder eine Waffe? Hat Oma mir geschenkt. Die Pfefferkörner Bleibt in Deutschland, komm nicht her! Ich muss Schluss machen. Ich glaube, er braucht unsere Hilfe. Bist du dabei? Klar. Ich tu doch alles, was du willst, mein Schnuckiputzi-Schatzilein. Klappe, Alice! Seid ihr bereit? Luca! Er hätte nicht kommen dürfen. Wer den Berg betritt, ist verflucht. Für das größte Pfefferkörner-Abenteuer aller Zeiten. Das ist das Zeichen des Schwarzen Königs. Jemand sorbetiert euren Hof. Das ist schon eine ganze Weile. Da sind Sie! Okay. Eins, zwei, drei! Ja! Ja! Immer wieder die zwei. Wer ist die Frau? Ja! 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 Die Pfefferkörner und der Fluch des Schwarzen Königs. Jetzt geht's erst richtig los, Leute! Wir sind die Pfefferkörner. Na los! Ja! Ja! Nächst im Kino. Ja!